Ihr ballert beide auf mich! Fickt euch in euer Arschloch, ey! Feindlich Aufklärungsdrohle gesichtet! Oh man, fuck! Ja, hier Ersass, gell? Nee! Mir ist egal, wenn ich sterbe, ich habe Unterstützung! Keine Ersass, bitte! Doch! Nein! Doch! Nein! Keine Sniper! Ich stelle das sonst wieder ein! Ja, okay, wir werden spielen! Ha? Ich hab MP7! Ja, spiel MP7 mach ich auch! Du bist! Hm, warum hat die MP7 so eine fucking Range? Ich hab auch noch ein No-Week-Hall-Hack drauf! Ey, wie schlecht die Spiele! Ich bin ja fast so schlecht wie Florian! Sich verarschen! Ich bin Florian, ist jetzt sicherlich ein 3 zu 4 noch gut! Ja, komm, ich hab mich hingelegt! Ja, 5 Challengers nennt man sowas! Dann muss man da wirklich eine andere... Ja sicher! Fick dich! Da musst du noch eine Detail runterladen, ja! Ja, aber... Da haben wir was geflasht! Lass mich bitte noch Power Shark hin, bevor du mich... Oh man! Hebt noch! Hammer geil! Ja, Fick dich! Ja, Fick dich! Fack, wie ich noch hinter die Säule rennen wollte! Okay! Power Shark, der hat Hacks an! Eindeutig! Meine... 15-5! Weil Power Shark ist das schlechteste MB3-Spieler, den ich kennen! Ne, das ist Florian! Aber okay! Ja, mein Skill ist ge... Jawohl! Erstmal hab ich selbst geflasht! Hammer geil! Verarschen! Ich hab dir voll ins Gesicht gemessert! Hier! Bei mir nicht! Ja! Also mir wohl kaum, weil ich stehe in der Röhre! Ja, Fick dich! Ha, fuck! Erstmal selber flashen, so wie sie das gehört! Ja, Power Shark! Und was spielst du? Ach, ja! Ah, fuck! Ich hab dich noch getötet! Ja, Fick dich in dein Knie! Und in dein Arschloch auch! Ja, sicher! Ich schieß schon, bevor ich den überhaupt sehe! Jawohl! Das nennt man... Das nennt man Foff-Changer! Aua, Waffenreif! Ey! Gott! Black Power Shark, ey! So! Das Spiel leckt gerade vor sich hin! Alter! Ist doch gar nicht wahr! Florian! So was nennt man Foff-Changer! Da seh ich dich aus der Distanz schon im Weiten... Äh... Früher! Ha! Schön für dich! Doch auch! Find ich auch! Hm... ... ... ... Lockiert wie ich sowas hasse, ey! Und ich erst! Aber die Mann ist ja jetzt 18-8, okay! Ich seh sogar wie die Waffe gegen die Pulver geht! Oh Mann, süß! Fuck! Das seh nur ich, weil ich meinen Foff-Changer schon hab! Ja, komm! Das war mein Kill! Weck dich, Florian! Okay, ich flieg jetzt raus! Warum? Das ist so ein Scheiß, ey! Ja, ich hab... Keine Ahnung, Google hat... Google meinte, ja, ich öffne mich jetzt mal! Aha! Ja! Ey, kannst du bitte die Runde neu starten? Nein! Gleich! Weil dann gewinne ich! Ja! Das ist nicht neu, Florian! Ja, schön! Ich hab vielleicht mal ein Verbesserte! Ey, komm, das ist unfair, sonst! Gar nicht unfair! Doch! Deine Mama ist unfair! Ob ich dich gehört hab, ey! Ist das ernsthaft Mod, der F-O-V-Changer? Oder kann man das irgendwo einstellen? F-O-V-Changer! Ja, das ist ne Mod! Aber der... Davon kannst du nicht... Davon kannst du nicht... Ja, davon kannst du aber nicht gebannt werden! Von wo? Fuck die hell, ey! Ja, sicher! Ah, bin rausgeflogen! Äh, vor allem... Muss ich mir den downloaden, also es ist ne Mod! Ja, kann ich dir schicken! Du, wir haben uns mal... 3-F-O... Fick dich Florian! Nee! Ich bin mal kurz weg, ne? Ja! Ja, sicher! Geschütz bereit zum Einsatz! Geschütz ist unterwegs! Fick dich! Vorräte sind bereit! Hol dir doch meine Abwurffalle, wenn du unbedingt willst! Ja, will ich auch! Wie du meinst! Du hast genau, dass es kein Abwurffall ist, als du da gekämpft hast! Hab dich die Treppe hochlaufen sollen! Fann gut, wenn man mit Headset spielt! Find ich auch! Du hast über das Handy? Ha? Du hast doch über Handy! Nö! Hab auch ein Headset! Genau! Du hast den Headset, hm? 7.1! Wenn der Mutter erzählen, dass du einen Logitech G930 hast! Ich hab einen Logitech G930! Das hab ich noch nicht gesehen! Ich mein Problem! Wo bist denn du? Okay, eigentlich hab ich es schon aufs genug gesehen, aber egal! Ich campe! Ich weiß, wo du campst! Ja? Ja! Wenn du es weißt! Ich weiß es! Ja, wo du gerade eine Flaschen geworfen hast, wohl kaum! Ja, wie du es gewusst hast! Genau! Hab ich ja auch! Hacker! Nimmst du eigentlich auf? Ja! Ja! Ich klinge genau damit, dass es sich umdreht! Ich klinge genau damit, dass es sich umdreht! Ja! 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 Ich fahr ja ein Arschloch! Wie du meinst! Haaps! Ja! Scheiße! Ich wollte dich einmal killen und mit dann holen! Unsere Aufklärungsdrohne ist vorbei! Ach, das hab ich nicht gebraucht! Ganz zu haben! Das in den Vorräten drinne war Glückwunsch! Ja! Danke! Hast ja ganz tolle Vorräte gehabt! Find ich auch! Da find ich das hier besser! Zeitliche verbesserte Aufklärungsdrohne gesichtet! Ja sicher! Ja, verbesserte, wa? Wow! Okay, jetzt reicht's! Ja, verbesserte, wa? Ja! Oh, das ist schon geil! Ich hab dich nicht gesehen, ich hab blind rumgeschossen! Scheiße! Mein Kuschel ist kaputt! What the fack! Ja genau! Hier ist der Elf immer nie was, das trifft bei mir, ey. Genau! Ja, zwei Schuss. Wow, von wo, von wo, fuck dich doch. Lecky, lecky. Ja, ich wurde grad geportet. Ich nicht. Ja sicher, und dann kannst du mich, jawoll! Scheiß Hacker, ey. Wir waren ein bisschen noch gestorben, ich muss noch mal erklären. Weil ich gestorben bin. Ich hab schon den X nicht mehr getroffen, ey. Da war niemand. War ja auch keiner. Fuck! Hätt ich früher geschossen, ich hab dich schon ganz lange beobachtet. Was sagst du, EMP? Ja. Unikam, komm. Oh, das ist wirklich völlig egal. Ja sicher! Der Flo hol dir doch auch den F.O.V. Changer. Nee. Hast du ihn jetzt? Was auch immer das ist. Fuck. Da wirst du einfach die F.O.V. gendert, also dem Sichtfeld. Ist mir scheißegal. Hast du den F.O.V. Changer jetzt? Ja, ja, hab ich. Der, der, du kannst aber nicht auf den einstellen. Der kann auf Bestimmungs-Einstellen. Ich hab meinen ganz bestimmten Server-Programm hier. Der geht bis 100. Ich hab mal einen so genommen, wie er ist. Der ist der einzige... Der ist der einzige Silber bis 100. Können wir machen, wenn du möchtest. Ich bin noch zu Ende, von mir. Von mir aus. Ja, nee, ich hab jetzt nur mal meinen eingemacht, um zu schauen, wie das so ist. Bei 1200 Punkten, das hat er. Sicher als gerecht, und du? Ja. 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 Toll, dann hätt' ich noch 200 Punkte gebraucht. Jetzt 1000 zu 1100 nicht. Ich wusste, dass du da oben bist. Okay. Es gibt einen Hacker. Ich weiß. Glaub ich auch. Warum hast du das auf 100 Stellen, das ist voll krass. Auf 100? Ja. Auf wie viel hast du's? Weiß ich noch nicht. Ja, ich hab's total krass angestellt, schon klar. Ich muss aber über... Wahrscheinlich, ich glaub, meiner ist 50 oder 90 oder so, was weiß ich. Ich muss aber über den V-Changer, ich muss aber auch über den V-Changer mit 3 sterben. Muss man auf Startgame klicken und schon starten. Ja, ja. Ja, sicher. Ja, baller halt noch mehr auf mich. Ja, gewonnen würde ich sagen, wa? Von mir aus. Ja, okay, es gibt auch einen Let's Player, einen V-Changer benutzt. Deswegen denk' ich nicht, dass wir, ähm... Alle Kommentar, wie Leute nutzen den V-Changer. Ja, stimmt doch. Schluss, dass wir in einem Kino-Modus spielen und im Kino-Modus sieht das dann wieder ganz normal aus. Ich glaub, irgendwie, dass der mich nicht, ähm, nur Kino-Modus hat, oder? Wo sind's bitte auf'n Numb-Ped? Ach, da ist das Minus. Nur noch während dem Spielumscheid, stimmt. Ja, Minus und Plus. Boah, Alter, verarscht. Ist ja mal voll krass. Ja, das ist ja mal geil. Ja, mit so gut. Oh, ich hab ja eigentlich schon gewonnen, gell? Ja, ich hab ja jetzt startet, record. Was heißt das? Irgendjemand recordet jetzt. Daniel, hör auf. Ja, ich hab ja nicht. Ja, ich hab ja nicht. Hör. Ja, natürlich hab ich die, du voll Idiot. Ich geh nicht. Willst du dich verarschen? Ja, sicher, hab noch so mehr Money. Sicher. Ähm, Flo, könntest du mir, ähm, nachher Hilfs-Admin geben? Ich will mir die Vorlagen erstellen. Nein, du kriegst kein Hilfs-Admin, du kriegst gar nichts. Deine Mutter. Deine Mutter möchte mich zögeln, schon. Habt dich gehört. Oh, lol, bei der Art sieht das ja mal voll geil aus. Hä? Ja, Fofchanger, FTW. Ja, das ist wirklich so, man hat einfach so ein dickes Sichtfeld. F*** dich, ich hab dir so mitgegeben, du bist ein Hacker. Ich ein Hacker. Ja, hast jetzt schnell Gottmode gedürt. Das geht, wenn du Host bist, kannst du dir Gottmode machen. Und wie? F*** ich dir doch nicht. Ey, du, du kriegst doch wirklich, man kriegt, ey, das ist ja wirklich wirklich einfach viel mehr Sichtfeld. Vor allem, komm, dein Freund wird immer schneller laufen, was ich auch weiß. Ja, ja. Sag mal geil, wa? Weiß gar nicht mehr, wie es ist ohne Fofchanger. Jetzt zoome ich mal komplett rein mit dem Fofchanger. Boah, drück einfach, einfach auf den Stern. F***. Okay, jetzt komm mal. Alter, zoome ich komplett rein mit dem Changer. Der ist heftig, ne? Ja. Gut gespielt. Können wir Florian abziehen, weil er kein Fofchanger hat. Ja, das stimmt. Steu'n euch mal. Gelesen? Ey, ich bin grad noch so gesp... Ich geh jetzt mal raus, weil ich möchte jetzt gucken, ob mein GTA funktioniert. Ja. Ey. Uff. F***.